herzlich willkommen zu unserer sendung krebsgespräche und ja es ist total schön dass du wieder mit dabei bist mein name ist bettina flossmann und ich spreche heute wieder mit meiner wundervollen freundin wegbegleiterin in kapstadt die miriam reichel hallo miriam hallo bettina schön dass es wieder geklappt hat ja das finde ich auch und ja ihr lieben die ihr das jetzt anseht also heute haben wir wirklich eine interessante internetverbindung ihr werdet sehen also die miriam ist zeitverzögert und ja es ist jetzt einfach so wie es ist also die bildqualität ist ja gut und die tonqualität ist auch super und wir machen das jetzt einfach und ja hoffentlich könnt ihr euch da rein entspannen in diese verzögerung und wir wünschen euch ja viel freude beim zuschauen unser heutiges thema das haben wir schon angekündigt ist ja mutter sein ja wie wie das ist oder wie wir beide das erlebt haben im rahmen unserer krebsdiagnosen und wir haben euch ja schon gesagt also wir sprechen von unseren erfahrungen einfach wie wir es erlebt haben und ja wir freuen uns beide auf dieses thema und legen jetzt einfach mal los oder miriam ja ich würde auch sagen wir legen einfach mal los und vielleicht fängst du an und erzählst uns wie du es erlebt hast das ist für mich besonders spannend weil ich ja auch kaya interviewt habe und so ein gefühl entwickelt habe und für mich war das ja wahnsinnig spannend weil kaya ja schon älter war als deine diagnose kam meine kinder waren ja klein und wussten ja auch nichts davon und insofern ja es ist für mich besonders spannend gewesen das zu hören von einem mehr oder weniger erwachsenen kind oder ein teenager und deshalb ja wäre es schön wenn du anfangen würdest und uns erzählen würdest wie du es erlebt hast ja das mache ich gerne also die kaya das ist meine tochter und die war damals 17 jahre alt also ich bin alleinerziehende mutter und die kaya und ich ja wir waren so ganz ganz eingespieltes team und sehr eng miteinander also sind wir auch heute noch also wir ja wir wir leben zusammen alleine und so hat eigentlich immer jeder vom anderen auch wenn es nur emotional war immer alles mitbekommen auch wenn wir nicht immer alles ausgesprochen hatten früher es war so einfach immer spürbar wenn es dem anderen nicht gut ging und das war natürlich eine riesen herausforderung für mich als ich also an meiner brustwarze ja dieses sekret wahrgenommen habe und allein da schon in dem moment also sie war noch in der schule ich wusste aber sie kommt gleich nach hause also das war schon mit ganz viel anspannung verbunden also in mir ich hatte angst und ich habe gleich einen termin ausgemacht beim frauenarzt aber ich habe so getan als wäre nichts ja und ja also ehrlich gesagt das das habe ich sehr oft getan erst mal ja weil ich weil ich ja auch selbst erst mal gar nicht wusste ja was was ist los ja was kann das bedeuten ich hatte wahnsinnige angst ich hatte keine ahnung von krebs damit verknüpft waren nur einfach wahnsinnige ängste und so das habe ich erst mal versucht echt zu verstecken vor der kaya und ja bis zu dem punkt als es letztendlich nicht mehr ging ja also bis ich dann zur zu dem ergebnis von der biopsie die ich dann gemacht hatte im krankenhaus es war ein paar tage später da habe ich mich dann so mit mehr oder weniger auch noch mit einer lüge aus dem haus geschlichen aber ich muss jetzt noch mal kurz weg habe ihr gar nichts erzählt und bin dann in die klinik gefahren und als ich dann zurück kam habe ich ihr das erzählt und es war für sie es war so beides auf der einen seite hat sie gesagt also es war natürlich ein riesiger schock aber gleichzeitig war sie total froh dass ich mit ihr endlich gesprochen hatte ja und dass diese erfahrung habe ich ehrlich gesagt noch öfter gemacht so im laufe des des weges wenn da so hürden waren auf meinem weg wo ich mal wieder so total in der angst drin gesteckt war dann habe ich doch immer die tendenz anfangs gehabt das erst mal nicht zu zeigen und nicht mit ihr drüber zu sprechen weil ich dachte ich möchte sie schützen ja das war eigentlich gut gemeint von mir ja sie schützen zu wollen und und erst so im laufe der zeit als wir dann wirklich so gelernt haben ganz offen miteinander zu kommunizieren hat sie mich einfach wissen lassen und mich auch ermutigt dass sie einfach wissen will was los ist egal was ist ja so dieses nicht wissen das war für sie immer ganz ganz fürchterlich und also in der beziehung haben wir auf dem weg dann eine ganz große ehrlichkeit miteinander gefunden und das war so wohltuend für mich weil wir leben so eng miteinander weißt du miriam und das das hat so viel entspannt ja dass wir dann nicht mehr so auf eierschalen umeinander tanzen müssen sondern dass es einfach offen war wenn es dem anderen so oder so ging und dass wir auch miteinander weinen konnten und uns einfach immer gezeigt haben ja also das ist so eine thematik und dann habe ich so so hingespürt heute auf unser gespräch weil wir ja auch so im vorfeld mal drüber gesprochen hatten so ja also so diese frage warum will ich leben und und wie das so ist als mutter da kommst du ja dann noch dazu mit deinem thema also mit mit deinen ärzten wie die wie dein umfeld da so auf dich aber ja fast druck ausgeübt hat dass du leben musst unbedingt mit den kindern und für mich war es ein druck den ich mir selbst ganz 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 massiv lange zeit gemacht hatte also der fing letztlich schon viele jahre davor an weil ich meiner tochter in diesem mutter sein einfach leid ersparen wollte vielleicht liegt das so in in uns müttern drin so dieses unsere kinder schützen wollen so im nest haben zu wollen und ich wollte die kaya vor allem beschützen und das war sehr herausfordernd mitunter weiß mir natürlich nicht gelungen ist ja da waren herausforderungen ja bei uns auch im dorf in der schule und sie ist ja ein farbiges mädchen und das war wirklich sollte man nicht glauben hier bei uns in der waldorfschule auch das war ein großes thema und war wirklich mit herausforderungen verbunden und da gab es einfach leiden ja und das war für mich ganz furchtbar weil ich immer mit gelitten habe mit ihr schrecklich hatte dieses ja ich also ich habe es immer auf mich auch genommen so dieses ja wenn es ihr nicht gut ging habe ich mit gelitten und als diese diagnose dann natürlich da war da wurde so ein ganz tiefer schmerz getriggert weil weil ich irgendwo wusste bei euch ich kann ihr dieses leid nicht ersparen und da ist so was ganz wichtiges geschehen für mich und vielleicht auch für uns beide weil ich habe gemerkt ich ich muss ihr diese verantwortung geben ja für ihr leben und für ihre gefühle und wie sie wie sie mit dieser situation umgeht und das gleiche ja das war ihr persönlicher weg war nicht leicht hat sie für sich auch mir gestattet über die zeit also sie sie musste für sich an den punkt kommen und sagen boah also die mama die geht ihren weg auch wenn ich das jetzt vielleicht anders machen würde und und mir vielleicht anders wünschen würde weil die angst natürlich auch in ihr so groß war aber sie konnte mir zugestehen dass das mein weg ist und dass sie mir da einfach vertrauen muss und was auch noch wichtig ist ja also so zu diesem thema tod also natürlich wollte ich für meine tochter auch leben ganz klar aber also ich wollte nicht in dieser aus dieser verantwortung heraus dass wenn ich es nicht schaffen sollte dass ich dann gescheitert bin und und meine tochter dann ein schreckliches leben vor sich hat weil sie dieses leid ertragen muss und da habe ich mir immer wieder auch meine eigene geschichte her geholt weil mein vater der hat sich erschossen da war ich 16 also ein ähnliches alter auch und ja das war echt furchtbar und es war eine ganz schwere zeit aber ich habe es überlebt miriam und ich bin gewachsen auch durch diese erfahrung und ich konnte und kann auch heute ja das hört sich jetzt komisch an ich kann auch gutes darin sehen dass das genauso war wie es damals war weil ich einfach dinge gelernt habe und schritte gegangen in in meinem leben die wäre ich wahrscheinlich nie gegangen ja daraus ist einfach ja so ein vertrauen in mir dass alles gut so ist wie es ist und auch wenn es so gewesen wäre ja dass ich damals gestorben wäre als die kaya 17 war sie hätte es überlebt ja und das hat mir irgendwie geholfen zu diesen inneren druck diesen wahnsinnigen druck und schmerz einfach loszulassen und stattdessen zu gucken ja wofür will ich denn auch leben weil es kann ja auch eine belastung für die kinder sein wenn die eltern nur für die kinder überleben also ich glaube dass es nicht so ohne auch für die kinder wenn die kinder dann auch mal in anführungszeichen nicht so funktionieren wie sich die eltern das vorstellen dann kann ja direkt der grund weg fallen erwachsene menschen die keine kein gutes verhältnis zu ihren eltern haben und wenn wir uns jetzt mal selbst oder jeder kennt wahrscheinlich irgendjemand da kein gutes verhältnis zu seinen eltern hat wenn all diejenigen eltern jetzt keinen grund mehr hätten zu leben das wäre ja auch wahnsinn also auch dieses gefühl zu haben als kind man muss irgendwie ein gutes kind sein oder damit die eltern grund haben zu leben ist ja schrecklich ja ist schrecklich ja 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 also das ist so so aufgetaucht jetzt so im hinblick auf unser gespräch heute da habe ich noch mal so hingespürt und ich bin sehr dankbar heute für den weg den wir miteinander gehen weil es uns in eine unglaubliche ehrlichkeit miteinander gebracht hat ja also über diesen weg wir haben noch einmal eine ganz andere beziehung heute miteinander und für sie ist es sehr befreiend dass ich also für mich auch auch ja so und so ein sinn in meinem leben gefunden habe was wofür ich wirklich brenne und was mir freude macht und und das kann sie einfach sehen ja wie gut es mir heute geht und da kann sie mich jetzt wirklich lassen auf meinem wege können uns beide lassen und sind dennoch nah also ja also ein schöner weg finde ich den wir jetzt so miteinander gegangen sind die kaya und ich ja miriam und deine kinder die ich meine die sind ja mittlerweile groß aber ja alles damals maximal erzählen ganz anders mein kleiner war ja zwei und mein großer fünf und ich habe mich ja damals auch bewusst entschlossen dass ich das meinem umfeld nicht sage also ich habe sehr wenige gehabt ich habe es auch meinen eltern und meinem bruder sehr spät gesagt also eigentlich erst als es nicht mehr ging und vorher habe ich einfach gesagt ich habe rückenschmerzen und dann war das auch in ordnung also ich habe krebs nicht erwähnt eigentlich auch sehr bewusst weil ich nicht ich wollte keine projektion von außen und zwar nicht auf mich und auch nicht auf meine kinder und ich weiß als ich meine eltern getrennt haben hat mir das jemand im supermarkt gesagt also er hat einfach so gesagt ja sowieso ich weiß nicht mehr wie der satz war aber so nach dem motto sind deine eltern jetzt eigentlich schon entschieden und was ich nicht wollte ist dass meine kinder irgendwann im supermarkt stehen und irgendeiner sagt dass deine mutter jetzt schon an krebs gestorben oder wie geht es denn im krebs deiner mutter oder wo du armes kind jetzt hast du einen pflegefall zu hause oder irgendwie sowas also ich wollte das nicht ich wollte dass ich wollte gar keine projektion und ich wollte auch nicht dass meine kinder davon ausgehen dass irgendwelche krankheiten unheilbar sind oder dass es situationen gibt aus denen man nicht herauskommt und deshalb war also krebs kein thema und ich habe es auch nicht ihnen gar nicht gesagt der große hat natürlich mitbekommen dass es mir oft nicht gut ging das war auch keine frage der hat dann auch manchmal gefragt ob ich sterbe und ich habe immer gesagt ich sterbe nicht heute und ich sterbe nicht morgen was ja auch damals so war und über übermorgen haben wir auch nicht gesprochen und damit war es für ihn eigentlich auch in ordnung und dann hat er immer gesagt gut und dann war das thema für ihn vorbei und ich fand das auch wichtig also ich wollte einfach dass meine kinder da unbelastet aufwachsen und ich hatte eine freundin die gleichzeitig mit mir krebs hatte und auch kleine kinder und die hat das ganze anders gemacht also die hat es denen immer erklärt die war auch religiös die hat eben gesagt dass sie beiden engel sein wird und die kinder haben also auch immer engel gemalt und die hingen dann am kühlschrank und immer wenn ich an diesem kühlschrank vorbei bin habe ich meine freundin als engel gesehen und ja ich fand es auf eine gewisse art sehr mutig aber es war jetzt so gar nicht mal also ich habe meine meine erkrankung danach auch als ich geheilt war habe ich mit mit niemandem großartig darüber gesprochen und alle die ich ihn neu kennengelernt habe die wussten auch nicht dass ich krebs hatte und damit war das eigentlich auch nie ein thema bei uns also es gab das nicht dass freunde da waren und beim abendessen irgendwas gesagt haben oder so und mein großer sohn oder mein kleiner sohn hat es dann erst erfahren als ich als er 14 war und der große war dann 17 und dann war es auch nicht weiter tragisch also die haben dann das praktisch die haben dann eigentlich immer so gesagt naja meine mutter hatte halt krebs im endstadium und jetzt ist er halt wieder gesund so ist es wenn man das so hat und das fand ich auch eigentlich dass es die richtige einstellung ist also dass man davon ausgeht egal was man hat man kann sich immer heilen und ich glaube das ist mir auch gelungen und was ich aber sehr schwer fanden war doch das umfeld das eben wusste dass ich krank bin dass oft diese sätze kamen wie du musst dich heilen du darfst nicht sterben du hast die kinder du hast eine verantwortung was gleichzeitig mir das gefühl gehabt dass man als mutter komplett versankt also ich hatte so ein bisschen den eindruck jetzt habe ich mich für für kinder entschieden jetzt sind die noch so klein jetzt ist der kleine da zwei oder vielleicht war er dann auch schon drei und dann stirbst du dem einfach weg also das fand ich persönlich wie das größte versagen einer mutter also als mutter ist man ja gefälligst mutter und hat eine aufgabe und einen job und dann stirbt man nicht einfach wenn das kind klein ist weil dann war man ja keine mutter und das fand ich wahnsinnig mühselig ehrlich gesagt diesen druck zu haben und dieses dieses gefühl dass man jetzt eigentlich alles falsch gemacht hat und ich bin ja schon noch davon aufgegangen dass ich ursprung meiner krankheit bin demnach war ich natürlich auch ursprung dessen dass ich diese krankheit so früh hatte mit diesen kleinen kindern und damit wurde das schon schwer was ich da sozusagen als mensch veranstaltet habe und mein homöopath hat mich dann da sehr gut rausgebracht der hat später als ich dann meine acht wochen prognose hatte hatte eben gesagt welche ziele ich habe was ich vom leben will und dann habe ich wie das eben die meisten so machen natürlich gleich gesagt ich will mein das abitur meiner kinder mitbekommen ich will meine kinder oder sehen wie mein mann die frau zum altar führt ich will meine enkelkinder sehen und halt was man sich da so vorstellt und natürlich will ich mit meinem mann alt sein und dann hat er sehr frech gesagt wer weiß ob es gut ist für deinen mann wenn er mit dir alt wird und wer weiß ob es gut ist für deine kinder wenn wenn du sie aufziehst das ist deine persönliche idee und das ist kein ziel du kannst nicht für sie leben weil das gleichzeitig impliziert dass sie sich gefälligst anstrengen und dann auch in deinem sinne leben und das fand ich ehrlich gesagt ziemlich unverschämt und ich fand jetzt schon dass gemein mann gefälligst das ganz toll finden soll wenn er mit mir zusammen ist findet er ja hoffentlich auch immer noch 25 jahre nach eheschließung aber es hat mich auch wahnsinnig befreit einfach dieses dass man das einfach nicht weiß also man weiß auch als mutter nicht was ist gut oder was ist schlecht für das kind es hätte nach mir mein mann hätte eine sensationelle frau heiraten können die alles tausendmal besser macht als ich ja das hätte auch sein können die vielleicht meinen kindern viel besser entspricht die vielleicht eine ganz andere überzeugung hat und die sich vielleicht nicht so verhält und insofern weiß man das nicht und das befreit und was ich auch wichtig fand zum damaligen zeitpunkt dass ich als als ich meine kinder waren gewünscht und ich hatte mir das auch genauso vorgestellt was ich aber mit den zwei kleinen kindern noch nicht so ganz wusste oder den zustand den ich noch nicht so kannte ist dass man selbst nicht mehr so ganz existent ist also ich meine die kinder weinen nachts man steht auf also man ist ja nur noch der hund muss raus der ehemann hat hunger also man man macht eben alles um diese familie auch happy zu machen aber es stellt sich eigentlich nicht die frage will ich gerade aufstehen oder bin ich müde will ich mein kind zum kindergarten bringen oder will ich meditieren also diese ganzen sachen existieren ja nicht mehr und das ist auf der einen seite wunderschön aber andererseits ist dass das ich und das ego in dem moment sehr sag ich jetzt mal verwahrlost außer man außer man macht es gestaltet das eben anders aber ich habe schon gemerkt dass ich mich zu dem zeitpunkt so ein bisschen in der familie aufgelöst habe also ich war eben derjenige der all das tut derjenige der schaut dass alle gesund essen dass alle das richtige machen dass was dass ich die kinder richtig krabbeln richtig lesen richtig schreiben und habe mir da auch einen gewissen stress gemacht und und ja ich selbst war eben auch nicht mehr so enorm vorhanden und ich glaube dass es wichtig ist wenn wenn wir krank sind dann ist es unsere erkrankung nicht die unserer familie und da müssen wir an uns auch arbeiten und uns auch den freiraum nehmen und das konnte ich eigentlich dann als ich erkannt habe die kinder sind die kinder die sind mit mir glücklich oder ohne glücklich oder mit mir unglücklich oder ohne mir unglücklich das hat auch was mit den kindern selbst zu tun und ob ich jetzt sterbe oder nicht ob das jetzt gut oder schlecht für die kinder ist das noch eine ganz andere frage die ich auch nicht beantworten kann und wenn ich leben will dann muss ich das für mich tun und mein homeopath hat mir ja dann auch damals gesagt ich soll mir diese ziele setzen meine eigenen höchst persönlichen was ich enorm schwierig fand und ich habe die couch tief durchgesessen und lange überlegt und war auch erstaunt dass ich jetzt gar nicht das so wusste also ich glaube man denkt ja immer man weiß man weiß dass man man hat oder man denkt gar nicht darüber nach und in dem moment wo es dann kommt welches ziel hast du warum willst du leben wenn alle plattitüden gesagt sind und man tatsächlich selbst wissen muss warum man leben will dann wird es manchmal schwer ich fand es sehr schwer und ich habe eine weile gebraucht und habe meine ziele alle verwirklicht und für mich persönlich war es das wichtigste dass ich meine ziele habe die ich verwirkliche und dass ich nicht verwirkliche dass mein sohn mit irgendeiner hübschen braut zum alltag geht und sozusagen das tut was ich mir so vorstelle also das ist sehr wichtig gewesen für mich und ich muss sagen dass ich hoffe dass ich gelernt habe wenn ich mit kranken umgehe dass ich ihnen dann nicht dieses gefühl gebe von du musst weil du solltest weil es ist wichtig dass das sind alles dinge die die muss man selbst entscheiden und man weiß auch gar nicht warum derjenige das so erlebt und je nachdem welcher theorie sie uns da anschließen also wenn wir jetzt meinetwegen glauben die seele hat einen gewissen job auf unserer erde oder die materie will etwas lernen dann können wir uns da auch eigentlich nicht einmischen und dann müssen wir denjenigen auch so lassen und es ist natürlich nicht einfach also das habe ich auch bei meiner schwiegermutter gesehen die ist ja dann gestorben an krebs sich da nicht einzumischen und nicht zu sagen süße jetzt kommen macht so geht so geht so geht es weil so geht es für mich aber so geht es vielleicht nicht für sie und da müssen wir oder ich habe gelernt dass ich da nicht zurücknehmen sollte und dass ich ihr nicht das aufdrücken darf was ich so denke um nicht das gleiche zu tun was die menschen mit mir gemacht haben und es ist einfach mühselig also mich hat einmal eine freundin angerufen und hat gesagt du darfst nicht sterben und du klick jetzt noch anders gesagt du kannst doch nicht so einfach sterben und ja es ist nicht so einfach also es ist weder einfach zu sterben noch es ist einfach zu leben in dem moment und und wir machen es auch nicht einfach und wir machen es auch nicht um irgendjemanden zu verletzen oder eins reinzudrücken oder oder uns nicht richtig zu behalten sondern es ist wie es ist ja ich hoffe dass wenn jemand das jetzt sieht und jemanden kennt der krebs hat dass er sich das zweimal überlegt ob er diesen druck ausübt und ich weiß dass man es gut meint ich weiß dass man immer denkt es ist doch so schön du hast zwei kleine kinder und du kannst doch für diese kinder leben aber man darf auch nicht vergessen also man sollte schon auch noch einen anderen sinn haben als für seine kinder zu leben um auch einfach diesen kindern die freiheit zu lassen zu tun was sie wollen und ja ob das dann mal mit uns ist oder gegen uns das bleibt dann dahingestellt und also ich hoffe jetzt nicht dass ich weiß dass meine kinder nicht denken meine mutter hatte mal krebs jetzt muss ich mich ordentlich benehmen weil dafür haben sie es viel zu spät erfahren und denken auch dass man das hat und dann eben auch löst aber das war mir schon wichtig auch dass meine kinder eben nicht rücksicht nehmen oder nicht sich denken müssen oh gott jetzt kann ich nicht an die andere seite des globus ziehen weil meine mutter leidet sondern dass sie einfach wissen okay die heute jetzt zwar schrecklich am flughafen aber die das wird schon und ich kann trotzdem gehen ich glaube wir auf die schulter und sagt komm das machst du und dann wird es auch und und nicht das gefühl haben sie müssen jetzt da bleiben weil ich sonst vor lauter streck wieder krank werde also das ist das was ich am allerwenigsten wollte ja ja schön miriam also ich danke dir für deine offenheit ich finde es immer sehr schön mit ja mit dir zu sprechen uns auszutauschen ich liebe das ich finde das einfach toll ja und ja liebe zuschauer also wir haben ja so einige themen die uns uns bewegen also ich könnte mir vorstellen dass wir beim nächsten mal über das thema eigenverantwortung und schuld mal sprechen ich finde das ist ein ganz wichtiges thema gerade im zusammenhang mit krebs und ja freue mich einfach bis zum nächsten mal vielen vielen dank ich freue mich auch und hoffe mal mit einer besseren verbindung ach das war jetzt eigentlich ganz gut so jetzt ist prima ja ja die haben mich gewackelt nee war prima jetzt am ende super super dann freut mich auf unser nächstes gespräch liebe bettina ich auch liebe miriam auch ein das wäreban ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020